In diesem großen Schloss fühl' ich mich so allein, möchte nicht Prinzessin sein. Was nimmst mir an mein Geld, mein Reichtum auf der Welt, wenn keiner in den Arm mich nimmt und mir ein Lied am Abend singt? Irgendetwas stimmt hier nicht. Was soll denn nicht stimmen? Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Und wer hat aus meinem Becherchen getrunken? Knie dich hin, damit ich dein Gesicht betrachten kann. So bist du schön. So schön. Ich bring' sie um, es muss sein. Bernhard soll mein Vertrag sein. Töte soll ich dieses Kind? Wüte dir, das Schicksal nimmt? Wenn es mich zum Bergzeug macht, morgen soll ich diese Nacht. Oh, wie ist hier alles klein, und so niedlich und so fein. Kleiner Tisch im kleinen Haus, ach, wie sieht das kutzig aus. Bitte, lasst mich doch bei euch bleiben. Wir müssen eine Zwergenvollversammlung einberufen. Demokratie. Auf, Männer, der Berg ruft! Wir sind die sieben Zwerge und wir gehen jetzt mit in die Berge. Mutter, Mutter, Herr, ihr habt mir nach dem Herz. Wir sind deine Wester, aber gute Kölner. Ja! Sie ist so schön, so wunderschön. Ich hab sie hier noch nie gesehen. Sie ist so schön, so wunderschön. So wunderschön. Ich habe Äpfel, schöne, reife Äpfel zu verkaufen. Ich darf niemanden reinlassen. Die Zwerge haben es verboten. Gut. Wenn du nicht willst, meine Äpfel will ich schon loswerden. Da, einen will ich dir schenken. Das ist so schön, so wunderschön. 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 Untertitelung des ZDF, 2020